Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Inspirationsvideo vom Kommunikationstango, diesmal zur Folge 26, wo es darum geht, wie du Strategien entwickelst, um dich im Business erfolgreich durchzusetzen. Mir geht es in diesem Video darum, dir noch eine weitere Strategie mitzugeben, die für mich persönlich wunderbar funktioniert, nämlich immer dann, wenn ich mich nicht durchgesetzt habe, wenn es nicht so gelaufen ist, wie ich mir die Situation vorgestellt habe, wenn ich in einer Verhandlung mein Ziel nicht erreicht habe, wenn das Ergebnis anders aussah, als wie ursprünglich geplant, dann habe ich mich immer gefragt, was hat jetzt gerade nicht funktioniert. Ich empfehle dir daher, proaktiv zu reflektieren, was für dich funktioniert hat und eben, was für dich nicht funktioniert hat. Diese Strategie ist wesentlich erfolgreicher, als dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, warum es nicht funktioniert hat, ihm einen Vorwurf zu machen und damit das Gegenüber eben nicht als Spiegel zu nehmen. Du kommst wesentlich besser, wenn du sozusagen vor deiner eigenen Haustier kehrst und wenn du erstmal dein Verhalten, deine Worte und was immer du in der Situation gesagt hast, reflektierst. Das ist das eine, das Gegenüber als Spiegel nimmst und dann dir ein vorwurffreies Feedback gibst. Also ein Feedback mit hart, mit Herz, aber eben tough. Also nichts beschönigen, aber dich eben auch nicht runterputzen. Und du wirst sehen, wenn du so herangehst, wenn du also zunächst fragst, woran lag es, was habe ich dazu beigetragen, dass du enorm an dir selbst lernen kannst und dass du es beim nächsten Mal ganz, ganz anders angehen wirst und dir möglicherweise auch eine Strategie zur Hand legst, wie du mit einer solchen Situation umgehen kannst, damit dir eben das, was dir beim vorherigen Mal widerfahren ist, nicht wieder passiert. Von daher reflektiere, was für dich funktioniert hat und was für dich nicht funktioniert hat. Gib dir ein Feedback und lerne daraus. Und wenn du mehr Durchsetzungsstrategien haben willst, dann hol dir meine kostenlose vierteilige Videoserie, in der ich noch weitere vier Strategien mit dir teile. Ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann. Bis dahin. Ciao, ciao.